Ein Arzt packt aus und verrät, worauf es wirklich ankommt. Das Buch gesprochen, der betrogene Patient, ein Bestseller. Darin haben Sie aufgedeckt, dass das Leben in Gefahr ist, wenn man sich in medizinische Behandlung begibt. Okay, das ist ein wildes Statement, Digga. In den Ländern, in denen eben sehr viel Geld für Medizin, für Operationen und Medikamente ausgegeben wird, ist die Lebenserwartung nicht länger als in Ländern, wo das nicht der Fall ist. Im Gegenteil, oft sogar kürzer. Je künstlicher unser Leben ist, umso kürzer wird auch die Lebensspanne. Moderne Studien zeigen, dass jemand, der sich reinpflanzen passiert, ernährt, im Durchschnitt vier Jahre länger lebt. Plant-based gang in the building, bro. So. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an meine liebe Community auf YouTube. Ich küsse eure Zirbeldrüsen und Herzen. Und zwar gehen wir in ein neues Video rein, welches heißt, drei Dinge, die dein Leben verlängern. Ein Arzt packt aus und verrät, worauf es wirklich ankommt. Miese Arztrecherche. Es geht, glaube ich, um Gesundheit. Wie wir gesund bleiben. Wie wir gesund werden. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Deswegen gehen wir da rein. Ich denke mal, hier können wir auch wieder was lernen. Das ist ein Video vom Welt im Wandel TV. Da haben wir uns schon einige Interviews von reingezogen. Und ja, die waren immer sehr interessant. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Ich liebe euch. Daumen nach oben. Kommentarchen schreiben. Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. So. Und los. Ab geht's. Wer von uns möchte das nicht? Ein möglichst langes und gesundes Leben führen. Und tatsächlich, es gibt einen Haufen Angebote, die das bewerkstelligen wollen. Aber welche davon sind hilfreich? Welche nicht? Und worauf kommt es eigentlich wirklich an? Ich sage ehrlich, mein Statement dazu, was auf jeden Fall hilft, da bin ich mir echt sicher, ist eine vernünftige, gesunde Ernährung, so pflanzlich und roh wie möglich, viel Zeit in der Natur verbringen und in der Sonne und Seelenfrieden. Wenn du da eine gute Kombi fährst, glaube ich, hast du echt gute Karten. Reden wir jetzt mit dem Arzt und Bestsellerautor Dr. Gerd Reuter hier bei Welt im Wandel TV. Ab geht's, Gerd. Hau mal raus jetzt hier. Willkommen zurück, lieber Dr. Reuter. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Fleischer. Freue mich auch, dass wir wieder ins Gespräch kommen. Süße Brille, Digga. Wir haben ja das letzte Mal über ihr... Ist auch wild, ne? Die Leute, die die Brille so tragen. Die gucken dann so einfach, weißt du? Das ist nur zum Lesen quasi, ne? Dann, wenn die runtergucken auf Handy oder so, dann ist Brille da. Wenn die so gucken, dann ist alles easy. Sollen wir so durchziehen? Das Buch gesprochen, der betrogene Patient, ein Bestseller, wie man sagen muss, darin haben sie aufgedeckt, dass das Leben in Gefahr ist, wenn man sich in medizinische Behandlung begibt, womit sie sich... Okay, das ist ein wildes Statement, Digga. Der betrogene Patient, dass man sich in Gefahr gibt, wenn man sich in, was hat er gesagt, in medizinische Obhut? Dass das Leben in Gefahr ist, wenn man sich in medizinische Behandlung begibt, womit sie sich bestimmt nicht viele Freunde gemacht haben bei ihren Berufskollegen, nehme ich an. Tja, das denke ich auch, Majudster. Aber ich glaube, diejenigen, die seriös arbeiten, die sehen das genauso. So, jetzt haben Sie zurückgeschlagen mit einem neuen Buch. Es heißt, die Kunst, möglichst lange zu leben. Sie wollten es eigentlich anders nennen, ne? Ja, ich habe eher gedacht, die Kunst, nicht früher zu sterben als nötig. Genau. eigentlich besser ausgedrückt, ne? Aber das verkauft sich besser, ist mehr Clickbait. Verlag mag das nicht, wenn ein Nicht im Titel drin steht und dann ist es so geworden. Ah ja, okay. Ja, so. Gibt es denn da enthaltliche Parallelen dazu, zu Ihrer Ärzte oder zu Ihrer Medizinkritik aus dem letzten Buch? Ja. Ich wollte also nichts aufwärmen, was schon in betrogenen Patienten drinsteht. Aber man kommt, wenn man sich mit den Faktoren beschäftigt, die für ein langes Leben wichtig oder eben auch schädlich sind, nicht drumherum, sich mit der Medizin zu beschäftigen. Denn die Medizin nimmt im Laufe des Lebens leider in unserer Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert ein. Wir wissen ja, dass etwa 40 bis 50 Prozent der Kosten, die jemand für seine Krankenversicherung verursacht, im letzten Lebensjahr anfallen. Und es zeigt ja eben schon, dass neben dem Essteller meistens eine mehr oder weniger große Medikamentenbox steht. Und von daher muss das Thema drin sein. Ja. Ja, 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 ja. Medizin, das große beherrschende Thema unserer Gesellschaft, es werden Milliarden Euro damit umgesetzt, jedes Jahr. Da fragt man sich doch, warum braucht es da jetzt eigentlich noch so ein Buch hier? Ich meine, die Pharmaindustrie, die hat das doch im Griff, oder? Ja, sagt die Pharmaindustrie zumindest. Aber Tatsache ist ja, dass eben die Medizin nicht nachweisbar das Leben wirklich verlängert beziehungsweise auch besser dazu verhilft, die Lebensspanne von etwa 120 Jahren, die wir haben, auch auszuschöpfen. Denn in den Ländern, in denen eben sehr viel Geld für Medizin, für Operationen und Medikamente ausgegeben wird, da sterben die Menschen früher, ja, war safe. Ich glaube, die Menschen, die am längsten Leben leben, an Orten, wo Medizin so gut wie gar nicht vorhanden ist. Da ist mehr so Heilkunde, weißt du, Heilkraft von Pflanzen und so am Start. Ist die Lebenserwartung nicht länger als in Ländern, wo das nicht der Fall ist? Im Gegenteil, oft sogar kürzer. Sie sagen 120 Jahre, das ist die theoretische Lebensspanne, oder ist das? Ich bleibe bis 200 ungefähr, glaube ich. Ja, das ist etwas, was man so sagen kann, über die Jahrzehnte hinweg, wenn man die höchsten Lebensalter registriert hat, die Frau mit dem höchsten Lebensalter, die gestorben ist, nachweislich, da gibt es ja auch viel Fake News bei diesen Altersbestimmungen, war 1997 eine Italienerin mit 122 Jahren. Crazy. Seit dieser Zeit, muss man auch sagen, sind die höchsten Lebensalter jedes Jahr, wenn man sie registriert, etwas rückläufig. Wir haben zwar mehr alte Menschen und auch viele alte Menschen mit über 100 Jahren in unserer Gesellschaft, aber eben keine noch älteren, die sind nicht 125, 130 oder 135. Meine Uroma war 104 oder 105 geworden. Also in den letzten 50 Jahren ist eben niemand älter als 122 geworden und das dürfte schon etwa der Plafond sein, den wir biologisch haben. So, jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, was muss ich machen oder unterlassen, was muss ich zu mir nehmen, um möglichst lange zu leben. Da muss man aber auch vorsichtig sein, welche Rückschlüsse man da zulässt. Also Helmut Schmidt, sage ich nur, ist steinalt geworden, hat jeden Tag eine Schachtel Zigaretten geraucht, muss ich jeden Tag. Gut für Testosteron-Level, Tabak. Der Bruder hat guten Testo-Level gehabt. Nicht nur eine Schachtel, nicht? Also das wäre noch harmlos gewesen. Also wenn man das so in Packung... Schachtel in den Mann hat, ein Ausdrück, das heißt also, die Schachtel am Tag, die jemand raucht, das wäre... Ja, na klar. Glaubst du nicht, Max? Eben über 40 Jahre, wären das dann 40 Packungsjahre und bei ihm, wo das vielleicht drei oder vier Schachtel pro Tag gewesen ist, kann man sich... Crazy. Bei Zigarettenrauchern wurden höhere Testosteronspiegel gemessen als bei Nichtrauchern. Gesamttestosteron in der adjustierten Analyse erhöht um 6,2% der täglichen Rauchkonsum versus 4,1% bei Gelegenheitsrauchern. Freies Testosteron je 6,2% höher als bei Nichtrauchern. Will ich jetzt hier... Dein Herzblatt tippt ein Euro. Hey, bekomme dich seit gestern Nacht nicht aus dem Kopf. Bitte melde dich nochmal. Liebe Grüße im rotes Herz. Ich küsse dein Herz, wir sehen uns. Ich melde mich morgen. Weh, scho. Damit will ich jetzt nicht zum Rauchen anregen, ne, meine Lieben. Aber, ja, ist mit Studien bewiesen, dass Nikotinkonsum quasi den Testosteronlevel steigert. Aber man sollte halt auch keine Zigaretten rauchen, wenn man, weißt du, also es gibt ja auch gesunden Tabak, stabilen Tabak so, weißt du. Es hat halt nichts mit den Zigaretten zu tun, die wir uns reinziehen. Es waren mehrere 100 Packungsjahre gewesen, die statistisch zu einer Lebensverkürzung von 20, 30 Jahren führen sollten. Und wenn er mit 97 gestorben ist, dann wäre er sicher der älteste Mann geworden, der jemals auf der Erde gelebt hat. Aber er hat es offensichtlich ausgehalten. Wir wissen ja, dass die Empfindlichkeit gegenüber Umweltgiften nicht bei allen Menschen gleich ist. Fakt. Haben wir gestern bei dem Video gesehen von dem afrikanischen Volk, was noch so mit Sperren gejagt hat, mit Pfeil und Bogen. Die haben ja aus dem Wasserloch getrunken, wo dreckiges Wasser war und die haben davon keine negativen Auswirkungen gehabt. Wenn wir daraus trinken würden, würden wir sterben. Also wir Menschen sind alle auch unterschiedlich und vor allen Dingen können wir uns, glaube ich, gegen Sachen resistent machen auch mit der Zeit. Leute, Hiroshima beispielsweise, überlebt und sind noch alt geworden. Zwar nur wenige, aber es hat es gegeben. Also wie haben Sie sich diesem Thema genähert? Wen haben Sie sich angeschaut oder was haben Sie sich angeschaut, um das rauszufinden? Was ist wirklich die Kunst, lange zu leben? Naja, als erstes muss man mal einen Blick zurückwerfen und schauen in der Medizingeschichte, wer hat eigentlich sich schon mal mit dem Thema beschäftigt. Und da musste ich relativ lange zurückgehen, genau gesagt 222 Jahre. Da hat es den Thüringer Arzt Christoph Wilhelm Hufeland gegeben. Und Hufeland hat damals das Buch geschrieben, die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Und das ist damals ein Bestseller geworden, muss man sagen. Das war also kurz nach der Zeitenwende mit französischer Revolution. Vorher war ja eigentlich die Lebenslänge nur für die Adligen wichtig. Der Rest war ja Nonnen. Es gab viel ältere in China zum Beispiel. Gewesen, aber da kam das eben, er hat sich, man kann sich sogar an Gift gewöhnen. Ja. Alle, die lesen und schreiben konnten, gewendet, eigentlich im Zeitgeist gewesen, dass das Leben auch eines Bürgerlichen wichtig ist. Was soll man dafür tun? Was soll man machen? Er hat alles mal systematisch zusammengestellt, was dann jetzt das seither 222 Jahre lang keiner gemacht hat. Und da habe ich gesagt, das ist vielleicht für unsere Zeit mal wieder notwendig. Ja gut, aber vor 222 Jahren, da waren ja noch so Sachen in Mode wie Adalas und was weiß ich und so. Also was kann man denn da wirklich noch Neues oder Valides herausnehmen? Ja, also viele Dinge schon. Er hat auch sehr gut formuliert und hat zum Beispiel damals schon gesagt, je künstlicher unser Leben ist, umso kürzer wird auch die Lebensspanne. Je künstlicher unser Leben ist, je kürzer wird auch die Lebensspanne. Das ist eigentlich ein sehr deeper Satz auch, wenn du überlegst. Wir leben, also das hat mich gestern echt fasziniert, als wir uns dieses Video reingezogen haben von diesem afrikanischen Volk. Kann ich hier nur empfehlen. Habe ich bestimmt schon hochgeladen. Die leben noch natürlich. Wir leben extrem künstlich. Die Dinge, die wir tun, also ein Großteil von den Sachen, die wir tun, sind nicht mehr wirklich natürlich. Morgens aufstehen, direkt frühstücken. So viel essen, so viel Fleisch essen, so viel schlafen, so viel vorm Bildschirm sitzen, so viel am Handy sein, so wenig in der Natur sein, so viele Klamotten anhaben, Schuhe tragen. Bro, es geht unendlich weiter. So, und das ist, da wird sehr viel künstlicher Shit für verwendet. Deswegen, ich habe heute auch eine Schweizerin getroffen, die auch hier in Tulum lebt. Die kenne ich ja auch. Mit der habe ich mich ein bisschen unterhalten und da haben wir uns wieder bewusst gemacht, wie schön das ist, dass wir hier mit der Natur viel mehr verbunden sind, als da, wo wir herkommen. Das vergisst man auch, wenn man lange Zeit hier lebt. Ich bin jeden Tag barfuß einmal draußen und berühre die Erde. Jeden Tag. In Deutschland war ich vielleicht einmal im Jahr barfuß draußen und habe die Erde berührt. Oder lass es hochkommen, im Sommer vielleicht fünf, sechs Mal irgendwie am Strand gewesen, äh, am See gewesen oder sowas, weißt du. Hier mache ich das täglich. Und es fällt einem meistens erst auf, wenn man diese Orte wieder verlässt. Mir ist es extrem aufgefallen, als ich nach einem Jahr Mexiko wieder nach Deutschland gegangen bin, wie krass es dich dann auch wieder trennt von der Natürlichkeit und von dem natürlichen Leben irgendwie so. Und wie heftig man das auch vermisst. Also verbring mal längere Zeit in der Natürlichkeit als Mensch, viel in der Natur etc. pp. Und geh dann wieder in diese, in diese normale Welt rein, wo du alles asphaltiert hast, wo du kaum Kontakt mit der Natur hast, so. Das macht dich dann noch mehr fertig als vorher. Ich schwöre es dir. Das ist crazy. Kann man heute eins zu eins sagen. Da sind ja damals auch schon sehr viele naturferne Lebensweisen eingerissen. Suchtmittel kamen in Mode beispielsweise. Dann in den Städten keine Kanalisation. Die ganzen Infektionskrankheiten, die waren ja in den Städten eigentlich hausgemacht, muss man sagen. Auch Giftstoffe, die damals schon eine Rolle gespielt haben, waren wichtig. Und von daher ist es eigentlich ganz erstaunlich, dass von seinen Rezepten, muss ich sagen, 90 Prozent eigentlich auch heute noch gelten. Und wenn man jetzt heute sagt, nehmen wir zum Beispiel Ernährung mit tierischen Produkten. Häufiger eher bedenklich und moderne Studien zeigen, dass jemand, der sich reinpflanzen-basiert ernährt, im Durchschnitt vier Jahre länger lebt. plant-based gang in the building, bro. So. Hufeland hatte damals auch schon geschrieben, die höchsten Lebensalter findet man bei den Menschen, die ganz selten oder nie Fleisch gegessen haben. Ist tatsächlich so, ja? Ja, steht so drin. Ja, die ganzen heutigen Krankheiten, also viele von diesen Krankheiten, die wir heute haben, basieren auf diesem tierischen, diesen Konsum von tierischen Produkten so. Leberprobleme, Bluthochdruck, Diabetes, Krebs. Das sind alles Dinge, die oft von tierischen Produkten gefördert werden. Also tatsächlich, wenn man Fleisch isst, verkürzt man sich sein Leben. Ja, wobei ich persönlich jetzt nicht vegetarisch oder vegan lebe und auch nicht glaube, dass man das unbedingt machen muss. aber man muss sich bewusst sein, dass die Gesundheitsrisiken bei tierischen Produkten einfach etwas höher sind. Warum? Das ist halt, die meisten Leute haben keinen Bock, weil es Luxus ist, Digga, weißt du, wie ich meine? Das ist halt, der weiß das, der ist Arzt, macht es trotzdem nicht, weil er einfach den Geschmack vielleicht nice findet oder es gewöhnt ist oder das Kultur dazugehört, nicht diszipliniert genug ist. So, die meisten kriegen es nicht hin. Aber ich bin ja schon froh, wenn Leute sich darüber Gedanken machen und bewusster mit dem Thema umgehen und nicht mehr jeden Tag dreimal Fleisch essen, so weißt du, dann hast du ja eigentlich schon was Gutes für dich getan, wenn du einfach ein bisschen reduzierst und vor allen Dingen auch auf die Qualität achtest. I like that. Dann bist du ja schon am Start, Digga. Einerseits ist es so, dass bei tierischen Produkten wir zu viele Produkte essen, die von kranken Tieren kommen. Und was von kranken Tieren kommt, also statistisch sagt man, jedes vierte Tier, das bei uns in der Massentierhaltung ist, ist wirklich richtig krank. Das kann für uns auch nicht gesund sein. Aber unsere Vorfahren waren Omnivoren und von Fleisch bekommst du die Nährstoffe, die du nicht immer von Pflanzen bekommst. Dann hau rein, Bruder. So. Hau rein, Bro. Wenn du es fühlst und wenn du denkst, dass es die Wahrheit ist, dann go for it, Bro. Ich fühle irgendwie, dass ich Pflanzenfresser bin. Wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass die Welt untergeht oder dass ich irgendwo im Dschungel bin und keine Lebensmittelläden mehr da sind und ich mich über Wasser halten muss, dann werde ich auch vielleicht mal einen Fisch jagen und mal einen Fisch reinziehen oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. Aber ich werde mich immer mein Leben lang großteils pflanzlich ernähren, weil ich das Gefühl habe, dass es das Beste ist. Ich fühle mich einfach besser. Soll jeder machen, was er für richtig hält, aber probiere es mal aus. Die meisten Leute, die davon reden, haben noch nie einmal im Monat mal vegan sich ernährt oder so. Und die meisten, die ich kenne, die mal einen Monat ausprobiert haben, sind nie wieder zurück zum Fleischkonsum gegangen. Warum? Es werden zu viele Substanzen eingesetzt, die wir eigentlich nicht essen sollten. Nehmen wir nur die Antibiotika, die als Mastbeschleuniger in der Massentierhaltung eingesetzt werden. Die du schön mitfrisst auf jeden Fall. Nehmen wir natürlich auf. Und dann haben wir auch unter den Schlachtbedingungen viele Dinge. Nehmen Sie beim Geflügel. Es ist in der Massentierhaltung nicht möglich, ein Geflügel zu schlachten, ohne dass sie nicht irgendwo den Darm perforieren. Das heißt, die ganzen Darmkeime, die sogenannten Fäkalkeime, die kommen dann auch ins Fleisch. Deswegen ist bestimmt gesund. Tauchen die Amerikaner ja jedes Hühnchen mal in Chlor ein, damit es im Gift die ganzen Keime umkommen. Geil, schön noch Chlor mit rein. Das ist nicht. Aber wir haben damit ein erhöhtes Risiko für Keime. Und deswegen sind ja Salmonellen gerade bei Geflügelkonsum eben nach wie vor eine... Vor allen Dingen auch, von was viele Leute nicht reden, ist dieses Energetische, weißt du? Ich bin der Meinung, dass wenn du ein Tier sein Leben lang quälst, was wir heutzutage tun, die Tiere sind null Prozent glücklich, auch wenn die es euch verkaufen, aber die sind einfach, die werden von von Geburt an bis zum Tod gequält. So. Gefangen gehalten, gequält und auf mieseste Art und Weise geschlachtet, Bruder. So. Und das löst Energien in den Tieren aus. Und diese Energien sind auch im Fleisch drin. Und diese Energien konsumierst du auch und diese Energien haben einen Effekt auf deine Energien. Gefürchtete... Ganz easy. Das heißt, die Risiken sind nicht bei pflanzlicher Kost null. Auch da können Kontaminationen dabei sein. Aber sie sind einfach geringer als bei pflanzlicher Kost. Und deswegen, glaube ich, kann man den Unterschied erklären. Nicht, weil jetzt weißes oder rotes Fleisch per se irgendwie schädlich wäre. So, jetzt habe ich das, wenn ich das richtig verstanden habe in Ihrem Buch, so verstanden, dieser Christoph Wilhelm Hufeland ist der Begründer des Begriffs Makrobiotik. Ja. Was ist denn Makrobiotik? Der Yasuke sagt gerade, Leon, habe zum Teil auch wegen dir angefangen, kein Fleisch mehr zu essen, bin jetzt vegetarisch seit fast ein Jahr und esse vielleicht zwei bis dreimal kaum Fleisch. so bei Familienessen oder so und ich fühle mich viel besser als vorher. Liebe, Bro. Dang. Bester Mann, Digga. Makrobiotik. Ja, das klingt eigentlich sehr modern. Er hat Makrobiotik mehr oder weniger als Synonym für eine naturnahe Lebensweise gesehen und hat eben gesagt, was später ja andere auch wieder aufgegriffen haben, dass eine vorbeugende Lebensweise viel wichtiger ist, als wenn eine Krankheit aufgetreten ist, dann behandeln. Und das gilt ja auch heute noch, wissen wir. Welche Krankheiten können wir heute heilen? Die wenigsten. Die meisten Erkrankungen werden am besten verhütet und das sind eben die Umweltbedingungen, die Lebensweise, die eine Rolle spielt. Das ist vorbeugende Thema, ne? Krass. Das hat der Hofeland damals ganz klar gesagt, für die Lebenslänge ist entscheidend die Makrobiotik, aber nicht die... Bro, ich kenne Menschen, die sind nie krank. Justine zum Beispiel, Digga, die hat keine Lebens... äh, die hat keine Dings, keine Versicherung, nichts, Digga. Die hat mal jetzt eine Erkältung gehabt wegen der krassen Reise nach Thailand, aber nie irgendwelche ernsten Sachen, weißt du? Ich kenne hier auch Leute, hier gibt's... Ich hab mal einen Mann getroffen, einen Kokosnussverkäufer, der war in seinem ganzen Leben noch nie krank und der läuft den ganzen Tag rum und verkauft Kokosnüsse, Digga, in der Sonne. Brav. Team. Mhm. Sie haben da erwähnt, es gibt drei Stellschrauben, mhm, an denen wir drehen können, um unser Leben zu verlängern oder zu verkürzen. Welche drei Stellschrauben sind das? Das eine wäre die Ernährung, die ist beim Hofeland mit in der Lebensweise drin, das zweite wären die Verhaltensweisen, die da auch dazugehören und das dritte ist der Gebrauch der Medizin, den Hofeland auch schon so mit drin hatte, gehört nicht zur Makrobiotik, aber Hofeland war damals auch schon der Meinung, nicht nur wie wir heute, dass die Menschen zu viel zum Arzt gehen. Das ist interessant auch, liebe Zuschauer, dass das ein Arzt sagt, da kommen wir ja wieder auf ihr Buch zurück, ja. Sie warnen davor, voreilig zum Arzt zu gehen. Ja. Also der Hofeland... Guck mal, das Thema Selbstheilungskräfte ist auch ein Riesending, wo man sich mit auseinandersetzen sollte. Habe ich auch im Video darauf reagiert, gibt es auch hier auf dem Kanal, das Geheimnis der Heilung, habe ich es glaube ich genannt. Und man kann sich mit seinen Gedanken und mit seinen Energien, also mit seiner Seele quasi und dem energetischen Körper, den man ja auch hat, auch zu einem gewissen Maße selbst heilen. Ihr denkt zwar, das ist crazy, aber das haben Wissenschaftler und Ärzte selbst gesehen und zugegeben. Und die saßen dann da und konnten nicht erklären, wie jemand sich von diesem Tumor zum Beispiel befreien konnte, alleine mit Achtsamkeitsübungen und Meditation. Ich sage nicht, dass das immer geht oder immer funktioniert. Es kommt darauf an, glaube ich, wie sehr du es auch wirklich fühlst und wie sehr du daran glaubst. Aber ich bin überzeugt davon, dass der Glaube wirklich Berge versetzen kann. Oder war auch so eine Dame im Video zum Beispiel, die ein Kind im Bauch hatte und der Arzt hat gesagt, das Kind wird safe sterben. Es gibt da keine Lösung für. Es ist einfach vorbei für das Kind. Und die Frau hat gebetet und hat in ihr selbst daran festgehalten, dass das nicht stimmt und dass sie das Kind auf die Welt bringen kann. Und der hat das Kind auf die Welt gebracht und das Kind lebt bis heute. Das musst du dir mal reinziehen. Weißt du, wie ich meine? Wie willst du sowas erklären? So, zum langen Leben gehört der gehörige Gebrauch der Medizin und des Arztes. Und das ist ja auch heute so. Wir gebrauchen ja den Medizin und den Arzt dafür, dass wir uns bestimmte Verschreibungen geben lassen. Und da sollte man zurückhaltend sein. Damals war sie im Arzt und Klistier. Da hat Hofeland kritisiert, dass manche Menschen jede Woche zum Arzt laufen, um sich ein Klistier geben zu lassen. Können Sie kurz erzählen, was ist das? Klistier ist einfach, dass von hinten über den Enddarm der Dickdarm mal ausgespült wird zum Entgiften und Reinigen und das Ganze würde wieder gesund machen. Also sozusagen berechnungsfähige Leistungen, die vom Heilungswert eigentlich gegen Null gehen, muss man sagen. Und heute ist es halt so, dass wir statistisch im Durchschnitt etwa 17 bis 18 Besuche für jeden Bundesbürger bei einem Arzt haben. Jedes Jahr, das muss man sich vorstellen. Das ist eigentlich nicht normal. Das ist auch schlichtweg zu viel. Hofeland war ja nicht wie heute manche annehmen sozusagen so eine Art Sebastian Kneipp ohne Wasser, also ein Naturheilkundler, sondern es war ein Schulmediziner. Er hat auch durchaus für Adalas und Klistier damals plädiert und würde heute durchaus auch Chemotherapien machen. Aber er war eben für einen sehr, sehr restriktiven Gebrauch, indem er gesagt hat, zuerst mal, wenn jemand krank ist, muss man schauen, ob nicht die Selbstheilungskräfte ausreichen. Genau. Und wichtig, Gott, ich habe jetzt Schnupfen, ich habe jetzt Grippe, ich habe jetzt irgendwas. Ich gehe jetzt einfach mal nicht zum Arzt und mache so weiter wie bisher. Das wird schon werden oder wie? Naja, im Prinzip ist es so, was Hofeland gesagt hat, aber er hat noch was anderes dazu gesagt und zwar adaptiert vom Verhalten von Tieren, wenn sie krank sind, dass er gesagt hat, es ist wichtig für den Heilungsprozess, einen Hungerstoffwechsel mit heranzuziehen. Mh, voll geil. Das ist wirklich so. Ich habe das mal gemacht, als ich krank war, einen Tag gefastet, nächste Tag sofort besser gefühlt. Fasten auch eine sehr krasse Methode, die man auch eigentlich regelmäßig anwenden sollte. Wenn man krank ist, soll man sich das bewusst machen, sich ins Bett legen, was trinken, aber nichts mehr essen und eben auch einige Tage lang nichts mehr essen, damit der Körper in diesen Hungerstoffwechsel umschaltet und im Hungerstoffwechsel Wild. Da laufen sehr viele Stoffwechselwege sich in der Biochemie in der Biochemie anders ab und die sind, hat inzwischen die Wissenschaft auch durchaus bestätigt, günstig für eine Heilung, weil im Hungerstoffwechsel unsere Biologie routinierter ist, weil im größten Teil der Menschheitsgeschichte war so, haben die Menschen immer Hunger gehabt. gab es nichts zu essen. Diese Zeit, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo wir mit dem Überfluss kämpfen, die ist eigentlich ganz neu. Ist so. Die meisten Menschen sind süchtig nach Essen geworden deswegen, aber es ist nicht natürlich. Ich bin darauf vorbereitet. Also Sie meinen, der Körper kommt besser damit zurecht, seine eigenen Substanzen zu verarbeiten und zur Heilung einzusetzen, als wenn man ihm von außen noch Essen zuführt, andere Substanzen. Macht ja auch Sinn, weil dann ist der Körper quasi beschäftigt damit, zu verdauen. Und wenn er diesen Prozess nicht mehr antreiben muss, dann hat er viel mehr Ressourcen und Energy, um die Krankheit zu heilen oder zu regenerieren. Das ist auch eine interessante Sache, weil man sagt ja auch immer hier, Junge, du musst doch was essen, du bist doch krank und so. Du musst doch bei Kräften bleiben. Ja, ja, also diese Art Heilkost gibt es eigentlich nicht wirklich. Da ist ja bei keiner Substanz, bei keiner Erkrankung wirklich nachgewiesen. Suppe trinken, Digga. Oder einen Tee. Trinken. Heil trinken geht. Dass die Dinge, die man mal als spezielle Heilkost angeboten hat, wirklich wirksam sind. Was ist mit Hühnersuppe? Hühnersuppe kann ganz sinnvoll sein, also zum Beispiel bei Erkältungskranken. Das ist halt aber kein Essen, das ist halt wegen der Wärme, das ist wie Tee. Man weiß, dass da ein relativ hoher Zinkanteil drin ist, dass das durchaus gut tut. Aber, wie gesagt, grundsätzlich ist ein Hungerstoffwechsel auch etwas, was eben auch gut tut. Es ist ja nicht so, dass der Körper sich dann nicht mehr ernährt. Wir haben ja heute alle, sag ich mal, genügend Reserven da und wenn wir jetzt mal einen Diabetiker nehmen, ein Diabetiker hat ja kein Problem damit, wenn er nichts isst. Im Gegenteil, er hat ein Problem, wenn er was isst, weil irgendwo Kohlenhydrate, Zucker, ist der Zuckerspiegel zu hoch. Eine Sache steht fest, wir essen alle zu viel. Wir essen alle zu viel. Das steht fest. Und deswegen machen ja viele Leute auch Intermittent Fasting zum Beispiel, essen morgens erstmal nichts, essen vorm Schlafen gehen nichts, haben nur ein Zeitfenster und man merkt dann auch ganz schnell, wie es einem besser geht auch, mit längeren Perioden nichts zu essen, fühlt man sich einfach besser. Man ist nicht so lethargisch und so müde und die ganze Zeit irgendwas am Verdauen, sondern man hat Phasen, lange Phasen am Tag, wo man nichts isst, wo der Körper auch mal zur Ruhe kommt. Weißt du, das ist ja auch Stress. Deswegen kann man ja auch mit einem vollen Magen sofort, also wenn du unmittelbar vorm Schlafen gehen isst, dann schläfst du nicht so ruhig, wie wenn du das nicht tust. Stoffwechsel, schmilzt der Körper Fettgewebe ein und aus diesen Fettsäuren werden sogenannte Ketonkörper gemacht und diese Ketonkörper, die können zum Beispiel vom Gehirn genauso genutzt werden wie Zucker. Ja, wie ist denn der Dr. Hufeland damals darauf gekommen, dass man einfach hungern soll und dass das die Selbstheilungskräfte ankurbelt? Das liegt ja jetzt nicht gerade nahe. Ja, also er hat das nicht wissenschaftlich mit irgendwelchen Studien gemacht, das ist ja der große Unterschied. Ich habe ein Literaturapparat mit 500 Literaturverweisen da hinten dran, bei Hufeland, da finden sie keine Literaturverweise. Der Hufeland hat gesagt, das ist so, es war halt damals eine andere. So, das ist das Beste. Was sind deine Quellen? Vertrau mir, Bruder. So. Zeit gewesen. Ja, ich denke, er hat wirklich in der Analogie aus der Tierwelt entnommen, weil eben Tiere in der Natur beispielsweise dann körperlich bedingt nicht in der Lage sind zu jagen, aber auch sonst sich vor Fressfeinden zu schützen, sich irgendwo in einen sicheren Unterstand zurückziehen, aber dann vielleicht auch doch bewusst ausnutzen, sie sind jetzt in dieser Hungerphase und die kann einem nützen. Ich sage mal so, den Tieren ist nichts anderes übrig geblieben und damit hat auch die Biologie evolutionär gelernt, dass in diesem Hungerstoffwechsel Heilung stattfinden muss. Und wir haben auch diese ursprüngliche Biologie natürlich aus der Steinzeit, das haben wir ja auch noch in uns drin, die ist nicht weg. Das ist halt das, was die meisten Leute heutzutage vergessen, dass wir halt auch von diesen Millionen Jahren, seitdem wir auf der Erde sind, quasi auch programmiert sind. So. Ja, wir leben komplett anders als die Menschen damals, aber trotzdem haben wir immer noch Teile in unserer DNA, die darauf ausgelegt sind, wie wir früher gelebt haben. Also die Lebensart und Weise teilweise von damals und die Dinge, die die getan haben quasi, haben heute immer noch einen Effekt auf uns, weißt du? Und das kann man halt alles mit sozialen Konzepten nicht einfach so überwerfen und dann sagen so, ja, ab heute ist eine Frau nicht mehr eine Frau, sondern kann sich identifizieren, wie sie möchte. Und Rollenverteilung gibt es auch nicht mehr. Beide können alles machen. Aber es gibt halt immer noch die Biologie. So. Das war jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt da viele Beispiele für. Und wir dann vielleicht wirklich auch nutzen. Das ist eine interessante Sache. Also merken, wenn man krank ist, erst mal ins Bett und nichts essen, fördert die Selbstheilungskräfte. Wann kommt dann jetzt der Moment, wenn Sie wirklich sagen, ich glaube, ich brauche jetzt mal einen Einlauf oder einen Adalas oder ich muss zum Arzt? Ja, Adalas oder Einlauf würden wir heute nicht mehr machen. Aber gut, jetzt andere schulmedizinische Behandlungen. Auch da hat der Huveland noch eine zweite Stufe dazwischen geschaltet, die ich heute auch befürworten würde, dass man sagt, man geht dann eigentlich mal mit, was man Hausmittel nennen könnte, wo er auch durchaus ein bisschen einen homöopathischen Ansatz mit drin hat, dass er gesagt hat, das, was an Krankheitssymptomen auftritt, das ist ja nicht unbedingt die Krankheit, sondern das sind die Heilungsreaktionen. Also bei einer Erkältungskrankheit... Das ist auch krass. Die Symptome sind eigentlich nicht die Krankheit, sondern die Heilungsreaktionen. Fieber... Das wissen die meisten Leute gar nicht. Beschleunigter Herzschlag entsteht zwar im Rahmen der Krankheit, aber wir wissen ja heute auch, dass bei einer höheren Körpertemperatur, bei einem beschleunigten Herzschlag, die weißen Blutzellen aktiver gegen Erreger vorgehen. Das heißt, das ist eine Heilungsreaktion. Was er gesagt hat, ähnlich wie auch in der Homöopathie, man soll durchaus solche Art Hausmittel geben, die diese Heilungsreaktionen verstärken, aber keinesfalls irgendwie versuchen, ein Fieber wegzugeben oder die Herzfrequenz zu reduzieren mit irgendwelchen chemischen Mitteln, sondern das eben lassen, sondern den Körper machen lassen. Sie sagten, man soll die Symptome verstärken. Durchaus die Symptome sogar verstärken, ja. Das klingt jetzt sehr homöopathisch, sag ich mal. Warum soll man das verstärken? Da hat er dieses homöopathische Denken vom Hahnemann, das war ja etwa die gleiche Zeit. Hahnemann hat ja seine erste homöopathische Publikation 1790 gemacht, übrigens in dem medizinischen Journal das Hufeland herausgegeben hat. Ah ja, also die kannten sich. Die kannten sich, ja ja. Und Hufeland hatte sehr viel Sympathie für die Homöopathie. Der redet nur über den einen Hufeland die ganze Zeit, ne? Nicht für die starke Verdünnung, da hat er immer ein Problem damit gehabt. Ja, aber man verstärkt eben durchaus Symptome, weil er gesagt hat, der Körper heilt sich damit mit diesen Symptomen und dann können wir die auch ein bisschen pushen und werden damit die Heilung vielleicht besser. Nur wenn das nichts wirken sollte, ja dann können wir jetzt mal mit schulmedizinischen Keulen auffahren. Ist cool, Digga, aber müssen wir uns auch nicht komplett reinziehen. Die Message ist rübergekommen, ne? Ich finde das, ich habe ein bisschen was anderes erwartet, aber ich finde es geil, Digga. Wenn ihr das Video zu Ende gucken wollt, dann ist das natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, meine lieben Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt eure Gedanken dazu in die Kommentare rein und checkt das ganze Video ab, falls ihr es sehen wollt. Passt soweit, würde ich sagen, oder? Chat wollt ihr weitergucken? Liebe geht raus an YouTube. Bis dahin. Peace out.